Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von die Gilde 2, die Seeräuber der Hanse. Wir befinden uns hier vor unserer Heilerstube Amputation hier. Und ja, es... wir... es... Wir klingen nur aufs Maul, es ist ein Wahnsinn. Unsere Häuser... Es sind so viele gemeine Leute hier, die uns alle nichts Gutes wollen. Es ist einfach... Mir fehlen die Worte. Ja, ich muss jetzt irgendwie... Ja, ich kann jetzt keinen behandeln. Unsere Anglerstube, sag ich, unser Heilding ist einfach... Ja, zu low. Ähm, bitte ein paar Heringe fangen. Bin supporter! Danke. Eure Gebäude, Heilerstube, Amputation. Hier wird von Kämpfen der Familie Borkner angegriffen. Das ist fürchterlich. Mach mal so, vielleicht möchte hier jemand vor Ort was kaufen. Ah, es... Es ist einfach nur fürchterlich. Äh, der hat meine... Alter. Oh, äh, da hab ich auch vergessen. Ähm, bada, 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 bam. Geheimwissen, Rhetorik nehmen wir auf jeden Fall. Der schlagt mal die ganzen Angestellten zusammen. Charisma nehmen wir mit. Nochmal. Rhetorik auch nochmal. Fähigkeiten, Level, wie immer gebildet zuerst. Dann können wir noch ein bisschen was stufen. Ja, nehmen wir Geheimwissen auch mit, meinetwegen. Weil das ist gerade so günstig. Sind wir schon Stufe 4. Eine Stufe... Moment, wir können schon ausbauen. Wie teuer. Gebäudestufen. Es geht sich schon volle Kanne aus. Unbedingt Stufen. Auch wenn das Geld jetzt knapp wird. Stufenaufstieg. Eldrid Wiegbald. Herzlichen Glückwunsch. Eldrid Wiegbald ist um eine Stufe aufgestiegen. Hier nochmal dasselbe. Und hier nochmal dasselbe. Ein Gebäude wird angegriffen. Pfff. Eine Rattenplage raubt mir den letzten Lärm. Es ist nicht zu glauben, oder? Was? Klaus, Attacke. Joch, bitte. Attacke. Ich denke, also bin ich. Meine armen Angestellten. Es ist fürchterlich. Lavendel sammeln, bitte. Und Verband herstellen, bitte. Haben wir den jetzt besiegt? Ja, haben wir. Sehr gut. So, ihr Lieben. Bitte weitermachen. Mach ich. Ach so. Die sind schon auf dem Weg zum Feierabend. Klaue ein Kräuschen. Du kannst bitte auch einreden. So. Jetzt tun wir Nanu. So. 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 Euer Gebäude, Angla-Karte-Seemans-Gang, wird von Kämpfen der Familie Kowalska gekriegt worden. Gesundheit. Ach. Das leibliche Wohl ist ein gewichtiges Gut. So. Einfach mal. Wir könnten noch versuchen. Bei ihr. Äh. Bist du das? Das ist die hier. Nochmal ein Gedicht vorzutragen. Vielleicht, ähm. Können wir so ein bisschen die Gunst uns wieder... ...raufarbeiten. Sehr gut, sehr gut. Bald ist es fertig. Was? So. Frauchen ist da. Schlafen gehen. Ein Gebäude wurde aufgewertet. Sehr schön. Euer Gebäude, Krankenhaus, Ambition. Ambition, ja. Amputation. Hier wurde erfolgreich aufgewertet. Sehr schön. Oder besser gesagt, so gleich. Ähm. Renovieren. Oh ja. Wollt ihr die Renovierung eures Gebäudes, Krankenhaus, Amputation, hier für 68 Goldmünzen vornehmen? Bitte unbedingt. Gebäude erweitern. Die Medizinflasche. Okay, es ändert sich wieder das Jahr. Na, hopp. Geht ja. Frühling, 1432. So, was kann jetzt die Medizinflasche? Diese Flasche enthält eine für die meisten Leute wunderhafte Flüssigkeit. Ein Gebäude wurde renoviert. Sehr schön. Die sie durch Gottes Segen von den schlimmsten Krankheiten zu heilen vermag. Ein studierter Arzt kann darauf aber nur die Augen verdrehen. Weiß ja doch um die Wechselwirkung von Sumpfwurzel und Lavendel. Aber was soll's. Glaube versetzt bekanntlich Berge. Mit diesen Mitteln lassen sich Grippe, Leber und Brandwunde auskurieren. Sehr schön. Unbedingt lernen. Und wir sind schon wieder pleite. Aber, aber, das macht gar nichts, denn, wir haben keine Sumpfwurzel. Mist, verdammter. Bitte noch verbannt machen. Okay, die sind jetzt alle zu Hause. Seid gegrüßt. Ich glaube, ich bin krank. Ja, macht nichts. Wir werden dich wieder zusammenflicken. Okidoki. Unser Töchterchen ist hier noch voll eingeteilt. Ein Gebäude wurde renoviert. Euer Gebäude. Gebäude, ja. Gebäude. Euer Gebäude Krankenhausambition hier ist nun vollständig renoviert. Sehr schön. Kläuschen schläft. Wir brauchen einen Mann. Wir müssen uns dann einen Mann suchen. Alter Schwede. Dann lasst mich mal sehen. Tut mir leid. Es fehlt uns leider an den richtigen Medikamenten, um euch zu behandeln. Ähm, dann bitte mach welche. Eure Heiler können ihre Patienten nicht behandeln. Schon alles fort. Schnell noch welche machen. In der Zwischenzeit schicken wir unseren Kahn zum Marktplatz und hoffen, dass wir ein bisschen Wolle kriegen, damit wir Verbände machen können. Behandlung unterbrochen. In eurem Betrieb Krankenhausambutation hier fehlen Verbände, um die Behandlung fortzusetzen. Dreck, Dreck hat der Dreck. Gebäude renovieren. Wollt ihr die Renovierung des Gebäudes Anglarkate-Seemannsgrant für 13 Goldmünzen vornehmen? Bitte gerne. So, unser Häuschen braucht ebenfalls eine Renovierung. Wollt ihr die Renovierung des Gebäudes Haustrautesheim für 29 Goldmünzen vornehmen? Bitte gerne. Ein Gebäude wurde renoviert. Sehr schön. Euer Gebäude Anglarkate-Seemannsgrant ist nun vollständig renoviert. Das freut uns. Wo ist der Kahn? Da drüben fährt er. Ein Gebäude wurde renoviert. Euer Gebäude Haustrautesheim ist nun vollständig renoviert. Das ist vollständig super. Wir können ein bisschen vorspulen. Sehr gut. Rohstoffe. Oh, sehr schön. Wolle haben wir genug. Dann nehmen wir... So und so. Dann nehmen wir 20 Wolle mit. Wir nehmen bald gar nichts mehr mit, weil wir einfach nichts haben. Käse. Wurscht. Fahren wir zurück. Abladen und zurückfahren. Jetzt fährt er dann wieder zum Marktplatz. Verdammt mich. Wie geht's unseren Fischern? Sind sie schon wieder da? Ja, wir stehen schon wieder parat. Jetzt wird's Zeit, dass du dann aufwachst, Klaus. Und unser Töchterchen. Wie viele Verbände haben wir? 15, das reicht. Ähm, da dann. Bitte behalten. Ihr seid erwacht. Sehr gut. Diplomatie. Ihr seid erwacht. Geht da, glaubst du was? Wie schaut's dir hier aus? Äh. Äh. Nun? Sie schläft, okay. Dann gehst du bitte zur Angler. Mit Freuden. Zur Anglerkarte und du bitte. Ja. Übst wieder ein bisschen. Ihr seid erwacht. Klaus Wigbald hat wohlgeruht und ist nun bereit für einen weiteren harten Arbeitstag. Elisabeth Wigbald hat wohlgeruht und ist nun bereit für einen weiteren harten Arbeitstag. Ja. Meine Meinung. Na los, Klauschen. Lauf. Sehr gut. Herr Wigbald. Ja, hör auf. Ich krieg schon schlechtes Gewissen. Hey. Bonus auszahlen. Geht das? Wenn ich kein Gold hab? Eben. Da dachte ich mir schon. Zuerst arbeiten, dann zahlen. So. Okay, diesmal fehlt uns die Medizinflasche. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt gleich mal hin, dass wir die herstellen können. Tut mir leid. Es fehlt uns leider an den richtigen Medikamenten, um euch zu behandeln. Das ist gar nicht gut. So. Stellen wir dreimal Wunderkuren her. Da brauchen wir nicht viel, das reicht dann fürs Quacksalbern. Patrizier, Klaus. Ihr werdet im Rathaus von Danzig erwartet. Jo. Attacke. Sofort. Sofort. Wunderkurenhaus ist eines der lukrativsten Gebäude, die es hier gibt im Spiel. Sofern man als erster das gebaut hat. Weil dann springt alles und jeder zu uns her und... Ja. Wir werden hier auch mal einen Bonus auszahlen. 300. Pfui. Oh, geht sich aus. Äh... Das ist echt schwierig. Ich würde fast sagen, lieber zuerst erweitern. Ja, unbedingt. Die Sumpfwurzel. Der Extrakt dieser unscheinbaren Wurzel verbreitet einen wohligen Geruch, der einem jeden in seinem Band zieht. Einem Duft beigemengt, wird sich diese Wirkung vervielfachen. Unbedingt. Auch wenn wir jetzt ein bisschen pleite sind. Aber wir müssen... Es wird geschehen. ...das ganze Sammeln gehen. Die Verbandsfrau... Ja. Verbandsfrau. Geht auch gleich mit zum Furzelsammeln. Und sobald die Wunderkur fertig ist, geht auch die Dritte mit. Was steht hier? Gerichtssitzung beginnt. Mein Tor ist nicht verschimmelt. Die Gerichtssitzung zu Danzig hat begonnen. Ja. Die Wunderkuren. Ja. Seid ruhig, Leute. Die Verhandlung beginnt. Gut, gut. Alle Beteiligten sind anwesend. Dann gehen wir in Medias Res. Wir verhandeln heute den Fall der beiden anwesenden Parteien. Der Prozess ist eröffnet. Die Klägerseite hat das Wort. Hallo allerseits. Ich lege einfach mal los. Hohes Gericht. Hier sind meine Beweise. Sind zwar nicht viele, aber alle gegen die Angeklagte. Angeklagte? Ihr seid eine brutale Schlägerin. Das musste gerade neulich wieder jemand spüren. Und dafür werde ich eine angemessene Strafe fordern. Mein Gott. Will schändlich verbrechen. Das wird Konsequenzen haben. Weiter. Offenbar könnt ihr nur mit roher Gewalt eure Interessen vertreten. Ihr habt doch tatsächlich jemanden verprügeln lassen, Beib. Unfassbar. Ein wahrlich furchtbares Verbrechen. Das steht fest. Ja, zittert ruhig. Sagt, könnt ihr euch noch an die jüngste Vergangenheit erinnern? Nein? Das ist bedauerlich, denn ich habe dem Wohngericht just eine Anzahl Beweise für eure Vergehen an einem Mitbürger aus eben diesem Zeitraum vorgelegt. Was? Das ist ja ein unglaubliches Verbrechen. Ihr alle wisst, dass hier vor diesem Gericht nicht viel Federlesen mit Lumpenpack gemacht wird. Insofern seid gewarnt. Möge die Verteidigung ihrer Worte weise abwägen. Welches Strafmaß verlangt die Anklage? Verbrennt sie. Wenn ihr dies wünscht, könnt ihr euch nunmehr verteidigen, Angeklagte. Es ist eine unglaubliche Frechheit. Ja, geradezu im Pertinenz mich. Ja, ich sage mich. Von dieser windigen Person, die da die Anklage vertritt, vor dieses ehrenwerte Gericht zu zerren und mit solchen Vorwürfen zu konfrontieren. Lächerlich. Ich bin natürlich unschuldig. Ich gebe euch erst einmal eine kurze Bedenkzeit. Macht euch nicht lächerlich. Ihr habt nichts gegen mich in der Hand. Wir haben die Verteidigung gehört. Kommen wir nun zur Abstimmung. Schuldig. 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 Die Angeklagte ist im Sinne der Anklage schuldig. Das Gericht stimmt der Forderung der Anklage zu. Hiermit verurteile ich euch zum Tode. Möge Gott eure armen Seele gnädig sein. Das Urteil ist sofort zu vollstrecken. Hiermit erkläre ich den Prozess für beendet. Das habe ich einfach nicht verdient. Doch, doch. Und wie. Der Tod ist noch zu milde für dich. So, das war's jetzt wieder, ne? Euer Gebäudekrankenhaus Amputation hier wird von Kämpfern der Familie Balitz angegriffen. Ist was? Äh, ich möchte, kann man noch mal jemanden anklagen? Die ist jetzt ja hinfällig. Die verreckt jetzt ja gleich. Die Balitz. Wenn es weiter nicht ist. Die möchte ich unbedingt. So, genau. Krankenhäuschen. Ach, es ist echt nicht mit voll. Es ist fürchterlich. Jedenfalls werden alle unsere Nachbarn noch ordentlich dafür bezahlen, dass sie uns da ständig attackieren, die sie unverschämt hat. Ach, es ist echt unglaublich. So, wir können Wolle auf jeden Fall gebrauchen. Ähm, und ich glaube, Weizen nehmen wir auch noch mal mit. Nehmen wir auch was mit. Ja, genau. Nanu? Hallo? Tust du das bitte in den Karren? Hallo? Hallo? Ach so. Ähm. Da dachte ich schon, das ist ein Bug. Ne, ne. Guten Morgen, Turnröschen. Wir haben kein Geld. Ach, du liebe Zeit. So. Einfach. Ihr bemerkt einen herrlichen Duft. Ja, ich freu' mich. So. Einfach zurück. Und wieder zum Marktplatz. Kein Weg ist mir zu weit. Das ist ja schön. Wer liegt hier? Wer liegt denn? Frauchen? Ist ohnmächtig. Frauchen ist zusammengeschlagen worden. Das leibliche Wohl ist ein gewichtiges Gut. Ähm. Alter, du, du Hex. Das leibliche Wohl ist ein gewichtiges Gut. Ja. Nur unserem Frauchen geht's momentan nicht allzu gut. Ähm. Diese Rattenplage raubt mir den letzten Nerv. Kampfkunst. Wieder ein bisschen erhöht. Patronenstufe 4. Level 4. Was haben wir hier? Vorbildliche... Das ist eine unendliche Geschichte. Vorbildliche Eltern. Das kann man so drüber machen. Meister, Anführer und... Bestes Haus am Platz. Was könnten denn die einzelnen Sachen überhaupt? Oh, das geht sich jetzt eh nicht mehr aus, das vorzulesen. Bart ist auch schon wieder zu Ende. Ähm. Welche, für welches, also für welche Fähigkeit wir uns jetzt entscheiden werden, das schauen wir uns beim nächsten Part an. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder mal fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ähm. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer jetzt das Video schaut. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. 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 Bis zum nächsten Mal.